Hallo Leute, willkommen zur ersten Folge FM21. Schön, der Football Manager 21 gerade rausgekommen für mich, es ist busy spät, aber es ist noch Montag, denn Sports Interactive hat ein bisschen früh den Button gedrückt, beabsichtigt, und wir können echt schon früh starten, heute erste Folge, wir starten mit Palermo. So, ich glaube, einige haben sich das Ergebnis schon angeschaut und für andere das Ergebnis schnell und kurz einfach hingeklatscht. Palermo hat die meisten Votes bekommen, das war relativ schnell klar, ehrlich gesagt. Es war die ersten 20 Minuten ein bisschen knapp zwischen dem Journeyman Save und Palermo Save, aber Palermo hat sich sowas von abgesetzt und ist jetzt mit über 50 Votes vorne, mit 40% auch vorne. Das Ding, das ist durch und wir starten dieses Jahr mit Palermo. Ich würde sagen, ich möchte auch gar nicht so viel rumquatschen, ich möchte sofort sagen, was Sache ist. Das sind hier die Länder, die ich mir ausgesucht habe für den Spielstart, das sind richtig viele. Warum? Weil ich gerne 100.000 Spieler hätte für den, ja, für den Save am Anfang. Die ganzen Ligen werde ich dann wahrscheinlich nach und nach langsam rauskicken, weil wir werden ja nicht in diese Nationen reingehen wahrscheinlich. Und für die reinen Ergebnisse und zum Gucken, was so abgeht, sind eigentlich die Top 7 Ligen so interessant. Und ich denke, also Bundesliga wird klar, logisch bleiben, also Deutschland wird bleiben, Frankreich, England, Italien logischerweise auch, wenn wir da drin trainieren. Spanien, Niederlande und vielleicht so ein, zwei Extras. Wie gesagt, das sind hier die Ligen, die ich mir jetzt ausgesucht habe. Für Brasilien ein bisschen Talente, Argentinien das Gleiche. Dann Serbien auch ein bisschen Talente. Super League, weil immer auch interessant ist. Und der FM, finde ich, immer sehr interessante türkische Talente hat. MLS vielleicht für die Altstars, falls wir in der Serie B auch mal einen Altstar haben wollen. So war da halt mein Gedankengang. Insgesamt haben wir, wie gesagt, 103.313 Spieler in dieser Datenbank. Nach Region habe ich dann auch noch ein paar reingepackt. Überall alle aktuellen Nationalspieler, so wie sich das gehört. Spieler natürlich mit kontinentalen Ansehen, damit wir noch interessante Spieler haben. Und das halt für alle sechs Regionen. Ich hoffe, dass wir da größtenteils alles abdecken können. Aber ich glaube, mit 100.000 Spielern kriegen wir das schon hin. In meinem anderen Save habe ich 140.000 Spieler. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Was ich dieses Jahr machen möchte, was ich sonst nie gemacht habe, ist, dass wir die Transferaktivitäten in der ersten Transferphase komplett verbieten. Zum einen macht es eh keinen Sinn, weil wir wahrscheinlich kein Geld haben werden. Aber zum anderen möchte ich mir dieses Jahr das Spiel ein bisschen schwieriger machen. Ich habe natürlich Spaß gehabt die letzten Jahre, ganz klar. Aber es war mir gerade letztes Jahr ein Stückchen zu leicht. Wir sind mit 18.60 sofort zweimal hintereinander aufgestiegen. Klar, finde ich schön. Super, toll. Macht mir Spaß. Aber ich möchte es dieses Jahr ein bisschen schwieriger haben. Und deshalb definitiv keine Transferaktivitäten im ersten Transferfenster. Und dadurch auch keine krassen Leihspieler, die einem komplett alles ermöglichen. Und so behalten auch die originalen Kader in echt gerade ein bisschen wenigstens für sechs Monate noch. Ist ja auch was. Und wie gesagt, es würde eh nur auf Leihspieler hinauslaufen. Deshalb wollte ich das weg- oder anticken, ja. Nicht wegticken. Wegticken wäre was anderes. Und wir werden uns dieses Jahr das hoffentlich ein bisschen schwieriger machen. Wie schwierig, das werde ich dann noch entscheiden. Komme ich vielleicht später nochmal drauf. Oder in den nächsten Folgen wahrscheinlich, weil ich erstmal jetzt mit dem Release, mit der Release-Version ein paar Spiele machen muss. Habe ich noch keine gemacht. So, dann würde ich sagen, starten wir unser Spiel. So, dann müssen wir nur noch Palermo wählen. Und dann geht's los. Die sind in der C-Gruppe, in der dritten Liga. Und heißen bei mir immer noch Cheetah die Palermo. Auch stark. Fängt ja gut an. Muss sich gleich noch ändern. Werde ich dann auf jeden Fall spätestens zur nächsten Folge ändern. So, da ich es mir dieses Jahr schwer machen möchte, aber auch nicht zu schwer, mache ich es so wie immer. Wir haben einen Trainerschein. Und wir haben natürlich absolut keine Erfahrung als Spieler in der Wasser zu Fußball. Noch nie gehört quasi. Trainerschein nehmen wir... Ja, nehmen wir einen Fußballlehrer oder ist das zu krass? Ich meine, die Werte sind gut. Ich nehme generell immer das Gleiche eigentlich über die Jahre verteilt, dass ich meistens eigentlich nur die Taktik mache. Und den Rest halt bei den mentalen Attributen schön verteilen. Weshalb wir auch wahrscheinlich gleich ordentlich nach rechts gehen werden hier mit dem Trainersdeal. Hätte ich mir auch sparen können. So, ach... Ja, der A-Schein reicht eigentlich, ne? Dann haben wir vielleicht noch so eine kleine Hürde. Hier wären es 38 Punkte. Ja, kommen nehmen wir die B-Lizenz und alles ist schön, ne? Dann haben wir eine kleine Herausforderung, müssen nochmal ein bisschen unser Verein, unseren Vorstand anpumpen. Von wegen, gib mal Geld für die Trainerlizenzen. Und dann ist alles schön. Also, was brauchen wir? Ich mache es generell immer so, ich haue alles bei Taktik rein, weil dann brauche ich einen Coach weniger. Nachwuchsarbeit, damit die ein bisschen auf mich hören. Ist das eigentlich immer noch so? Ja. Machen wir mal auf 10. Taktik-Training, da bräuchte es ja mittlerweile bei den neuen Trainings, gut, so neu sind die auch nicht mehr, denn seit zwei Jahren sind die drin, brauchen wir, glaube ich, noch entweder offensiv oder defensiv, damit es auch Sinn macht. Was ist, was ist, äh, offensiv-taktik ist klar, defensiv-taktik ist auch klar. Das andere ist Ballbesitz. Ich mache offensive Taktik, dann habe ich ja alles weg und alles ist schön. Dann mache ich 15 und verteile noch den Rest auf die Nachwuchsarbeit, damit die mich wenigstens ein bisschen lieb haben. So, wir haben 38 Punkte auf der rechten Seite. Determination ganz, ganz wichtig, ne, damit der Vorstand einige unserer Forderungen einwilligt. Die Kenntnis dürfte nicht so extrem wichtig sein, weil wir halt den K.O.-Trainer dafür nehmen. Anpassungsfähigkeit macht für uns keinen Sinn, ist wurscht. Ja, Motivationsfähigkeit muss hoch. Führungsqualitäten muss hoch. Disziplin war, glaube ich, ob die Spieler zu einem kommen. Mhm. Dann machen wir auf 5. Das hängt ja alles quasi zusammen, ne. Wenn du jetzt wenig Disziplin hast, kommen die Spieler zwar zu dir, aber wenn du so Führungsqualitäten und Motivationsfähigkeit hast, dann müssen sie vielleicht nicht unbedingt kommen. Und den Rest gebe ich mir hier, damit es wenigstens nicht ganz so schlimm aussieht. So, ein Pünktchen habe ich noch. Das gebe ich mir dann bei Disziplin. Weil ich so eine gute Disziplin habe. So, dann müsste das passen. Dann können wir in unser neues Abenteuer starten. Ich habe mir die Mannschaft überhaupt noch nicht angeschaut. Ich bin im Glatzkopf. Auch interessant. Ich gucke mal kurz. Ne, ist da alles oben drauf. Ja, dann geht's los mit Palermo. Ich bin super gespannt. Wie gesagt, die Mannschaft habe ich mir nicht angeschaut. FM, bitte weitermachen. Ja, so sieht es bisher aus. Also, wir haben ein Stadion. Das ist schön. 19,32 erbaut. 36.349 Plätze. Medientipp ist jetzt übrigens mit der neuen Datenbank auf Platz 7. Ansehen ist sehr, sehr klug. Gelbe Sterne auf einem rosa Untergrund zu machen. Aber so ist es nun mal. Unsere Einrichtungen haben sich nicht geändert. Da müssen wir aber auf jeden Fall sagen, Vorstand, bitte ein bisschen Geld reinpumpen. Ja. Ansonsten kennen wir ja, Palermo 1900 gegründet. Viel durchgemacht. Vereinsgeschichte. CDB viermal gewonnen. Dann haben wir die dritte Liga, die hat man zweimal gewonnen. Die vierte Liga einmal gewonnen. Letztes Jahr, hey. Die Coppa Italia allerdings der dritten Liga 93mal gewonnen. Die dritte Liga Gruppe. Ha, meine Güte, war da viel Lust. 42 gewonnen. Und die dritte Liga? Die zweigleisige anscheinend. 88. Ich habe keine Ahnung, was 88 in Italien abging. Das tut mir leid. Aber da war ich noch nicht geboren. Von daher, ich bin von jeglicher schuldfrei. Wie sollen die Nachwuchs fördern? Mache ich sehr gerne offensiven Fußballspielen. Sehr gerne. Gehaltsbudget einhalten. Ich hoffe, das sieht gut aus. Wir sollen dieses Jahr schon die Playoffs erreichen. Das ist... Wow. Das ist echt fordernd. Denn das hätte ich nicht so erwartet, wenn der Medientipp halt schon auf Platz 7 ist. Man muss dabei sagen, die Konkurrenz in der Liga ist nicht so krass. Also, wir dürften Catania Calcio noch haben. Diese sollten krass sein. Aber sonst geht es eigentlich. Mal gucken. Und Coppa Italia zweite Runde sollen wir erreichen. Das brauchen wir eigentlich alles hier nicht. Ich weiß schon, wie man FM spielt. Hoffe ich. So, Pressekonferenz. Ja, klar. Sonst haten die uns ja alle. Das wollen wir dann auch nicht. So, ich muss mal kurz speichern. Sonst wird das ja hier nichts. Sollte aber schnell gehen. Dieses Jahr hat man das unfassbar schön besteunigt. Jupp, das geht super schnell. Den Glatzkopf mache ich auch noch gleich weg. So, wir haben dieses Jahr keine Transfers. Das macht Sinn, weil wir eh kein... Oh, eh absolut gar kein Geld haben. Nichts Saison 13.000. Ich glaube, NA steht sowieso jetzt nur da wegen der Transferphase, die gesperrt ist. Ja, dann gucken wir uns mal den Kader an. Wie gesagt, ich weiß absolut noch gar nichts. Das ist alles für mich neu. Ich habe mir den Kader nicht vorher angeschaut. Ich weiß nur, dass ihr alle Bock auf die habt. Und ich auch. Ich habe richtig Bock. So, dann gucken wir mal. U20 ist nicht so viel los. Hätte ich mehr erwartet. Und U18 ist gar nichts los. Das ist natürlich ein bisschen... Ui, okay, dafür ist hier viel los. Dann schauen wir mal, wie viele Jungs sind das? Das sind insgesamt 32. So krass ist es nicht, ne? Also ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Aber wenigstens haben wir dann eine ordentliche Herausforderung. Ich wollte ja auch extra jetzt kein Transferfenster machen, damit wir nicht die allerbesten Spieler gleich leihen können. Ich würde es mir dieses Jahr ein bisschen schwieriger machen. Wie schwierig wird sich noch zeigen, weil die Beta ist normalerweise einfacher als das vollständige Spiel, weshalb ich bisher ziemlich easy durchgekommen bin. Schauen wir mal. Also wir haben einen Keeper und zwar 4 in der Anzahl. Habe ich irgendeinen Spieler, den ich ansatzweise kenne? Ist das Sommer? War der schon länger da, ne? Ne, ist er nicht. Barri, Brescia, Empoli, Roma. Ja, könnt ihr hinkommen, dass ich die immer gehört habe. Sonst fällt mir jetzt gerade nicht unbedingt... Wow, wir haben Barcelona. Das ist natürlich auch stark. Sonst fällt mir jetzt kein Name direkt auf. Vielleicht... Gleich noch. So, zeigt mal unsere Keeper. Hier wird ja eh nicht so viel passieren, gleich am Anfang, wann das ist unser erstes Spiel? Äh, morgen, ja, toll. Testspiele haben wir hier schon drinnen. Naja, Testspiel, Testspiel. Okay, viele Testspiele schon drinnen. Ich glaube, so möchte ich das nicht haben. Unser erstes Pflichtspiel ist am 23. August gegen Carpi in der ersten Quali-Runde der Coppa Italia. Und dann geht's los gegen Juve Stabia, die, glaube ich, gut sein dürften. Wen schätze ich denn stark ein? Catania hat schon mal zwei Punkte Abzug. Das ist natürlich auch richtig stark. Ja, Juve Stabia dürfte gut sein. Bari dürfte gut sein. Ternana vielleicht. Das ist immer so ein... Ja, ist eine Wundertüte bei denen meistens. Ja, Catania eigentlich. Dürfte unser größter Konkurrent sein, was sagt... Die Medienlandschaft. Ja, Bari ganz oben. Dann Ternana, Avelino und auch Catania. Palermo halt auf sieben. Juve Stabia über uns. Catanzaro auch vor uns. Ganz unten. Ja, Riskeli, Calcio. Mal gucken, wie das so wird. Ist es eh nicht immer ernst zu nehmen. Zeigen wir unsere Keeper. Der sieht okay aus. Die Ballernahme 5 stört mich als Erne. Passend 6 ist auch nicht so geil als Sweeper-Keeper, den ich spielen lassen möchte. Kollege Falani sieht ein bisschen ausgeglichener aus. Hat leider nicht so wirklich viel Talent. Also ich glaube, so krass wird der Typ nicht. Faraone noch. Ein 17-Jähriger, der jetzt auch nicht viel mehr Talent hat als Falani eben. Leicht besser aussieht vielleicht. Aber auch ehrlich gesagt nur, weil er halt bei Halten, Hohe Bälle und Reflexe besser dasteht. Beim Rest eher nicht so. Und dann noch Matranga. Ist auch ein 17-Jähriger. Ganz schön junge Kerle da im Tor. Wir haben einen 31-Jährigen, dann 19, dann 17, dann 17. Ich glaube, Pelagotti wird das schon mein Stammkeeper werden erstmal. Auch wenn er nur 5 bei Ballernahme hat und 6 bei Passen. Herauslaufende Tendenz dazu ist 12. Joa, warum nicht eigentlich? Zielstrebigkeit ist 14, das ist gut. 13 hier. 9 bei Faraone und Matranga hat 6. Dann wären auf jeden Fall Falani und Pelagotti meine Keeper. Das mache ich dann aber später erst, damit ich da einen Überblick habe. Oh, Innenverteidiger. Naja, da könnten wir, glaube ich, schon klar sein, dass Makoni und Sommer unsere Stamm-Innenverteidiger werden. Die auch am besten aussehen. Was hat man für die ausgegeben? Ablösefrei. Oh, super Schnäppchen. Sieht gut aus. Ich bin mir... Naja, wird definitiv Innenverteidiger werden, Kollege. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich gleich von Anfang an mit Ballspielenden Innenverteidigern spielen möchte. Oder werde er. Möchten ja, auf jeden Fall. Aber werden ist eine andere Sache. Die Stats sind gut. Ganz klar wird er unser Stamm-Innenverteidiger werden. Makoni wahrscheinlich genauso. Oh ja, oh ja, oh ja. Ist lustigermaßen auch ein Außenverteidiger. Aber ist auch ein Innenverteidiger für uns. Definitiv. Kann nur links mit dem Fuß, Sommer kann rechts. Das ist sehr gut. Peretti ist der drittbeste. Kann auch so ein bisschen ZM anscheinend. Wenn nicht sogar ein bisschen besser. Ah, Sechser wäre auch noch gut, ne? Vielleicht ist das ein Sechser für uns. Hat ein bisschen mehr Talent. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass das hier alles so auf unsere Stärke heruntergeschraubt wurde. Weshalb jetzt wahrscheinlich kein neuer De Rossi draus wird oder sonst was. Auch wieder ein Rechtsverteidiger, der Innenverteidiger spielen soll. Mit der Stelligkeit nicht unbedingt verwunderlich. Zwölf von zehn als Außenverteidiger. Selbst in der unteren liegen. Ist jetzt nicht so toll. Fußverletzung vier bis sechs Wochen. Der wird also am Anfang fehlen. Dann haben wir noch Lancini. Das ist ein guter dritter Innenverteidiger. Jo, da kannst du wenig gegen sagen. Bubaka Marong. 20-jähriger Innenverteidiger aus Gambia. Sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Schade, dass er anscheinend schon am Zenit angelangt ist. Also viel mehr wird sich da wahrscheinlich auch nicht tun. Aber ich glaube, wir sind in der Innenverteidigung auch gut aufgestellt. Noch einen 18-Jährigen. Mit Kang-Kang-Jemi. Ja, also viel mehr als verteidigen sollte er dann auch nicht, ne? Abschluss eins, Ballernahme, vier, Dribbling, eins, Ecken, zwei. Ach du Schande. Also gefühlt steht er nur hinten drin und haut alles weg, ne? Also muss nicht der Ball sein. Kann auch der Gegner sein. Aber alles weghauen wird auf jeden Fall. Und noch ein Innenverteidiger, der ein bisschen Außenverteidiger ist, der ähnlich wenig kann außerverteidigen. Oh, ich hoffe mal, dass der erste Youth Intake gut wird, ne? Das wäre sehr schön. So, zeig mal auf der linken Seite, was haben wir da? Makoni ist unser Innenverteidiger. Dann haben wir uns von Inter Corrado geliehen. Oh ja. Ist nicht ganz so fix. Da habe ich ja eben schon gesagt, 12.12 ist hier okay. 12.10 eben war schon nichts mehr so okay. Aber ich glaube, das sieht solide aus. Kann sich wahrscheinlich innerhalb von einem Jahr auch noch schön weiterentwickeln. Wir haben eine Kaufoption von 223.000. Könnte was bringen. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Hat jemand mitgedacht. Dann Crivello wird wohl relativ schnell gehen, sobald man Transfers tätigen darf. So, die rechte Seite. Da haben wir Almici. Oh ja. Der ist vielseitig. Der kann... Ja gut, das ist oft so bei Außenverteidigern, dass die halt sehr viel können in Fußball spielen, weil es ist ja nochmal so. Die sollen halt angreifen, die sollen verteidigen, die sollen schnell sein. Es ist halt einfach so. Deswegen hatte der FM auch früher, so vor 2017, oft Probleme damit, dass alle Außenverteidiger einfach super überpowert waren. Aber das sieht sehr gut aus. Also ich bin gerade in der Defensive bisher positiv überrascht. Hätte ich nicht erwartet, dass wir so eine gute Mannschaft haben. Was Miliano Doda ist nicht ganz so krass. Ist aber 19. Kann noch ein bisschen was rausholen wahrscheinlich. Der sieht, glaube ich, interessanter aus, wenn man mehr drauf guckt, als er im ersten Blick aussieht. Warum hatten wir durchgeguckt? Ah, Cardi. Das war der mit der Fußverletzung. Und dann Cedita. Den hatten wir, glaube ich, auch schon gesehen. Dann gehen wir mal ins Mittelfeld. Ins Zentrale. So wie es aussieht, man hat halt wirklich die Startelf und danach kommt dann erstmal nichts. Wie viele Spiele haben wir hier nochmal? 38, ne? 19 Vereine? Was? 19 Vereine? Okay. Hatte ich sogar nicht mehr auf dem Schirm. Haben wir in Gruppe B und A mehr? Ja, haben wir. Ach guck mal, wir haben keinen Abstecker. Hä? Warum eigentlich? Müsste ich mal nachlesen. Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Sorry. So, wir haben Moses Odia, der unser Stamm ZM anscheinend ist. Ist von der besten Rolle anscheinend Box to Box, wenn nicht sogar Balleroberner Mittelfeldspieler. Aktuell würde ich sagen 4-2-3-1 mit Flügelstürmern, also L-O-M quasi und R-O-M. Und die beiden, die Doppel-6 sind zwei zentrale Mittelfeldspieler, sprich halt diese Position und nicht diese hier. Sieht sehr gut aus. Ich bin auch hier positiv überrascht. 1,70, ja gut. Ja, Sprunghöhe 7, das könnte ein Problem werden. Hohe Bälle waren ein bisschen schlecht balanced in der Beta, fand ich. Jetzt kann ich es noch nicht sagen. Das Spiel ist jetzt ehrlich gesagt gerade 15 Minuten draußen. Ja, ich nehme es mitten in der Nacht auf, aber ich hatte richtig Bock gerade. Aber ich glaube, rein von der Relation her zu anderen Spielern dürfte er einer der besten Sechser der Liga sein. Also ich bin zufrieden. Jeremy Brot, der auch Box to Box spielen kann als Bestes. Neben dem Sechser sollte der Achter stehen, logischerweise mit dem Deploying Playmaker. Könnte vielleicht was werden. Dann passen hat er 11, ist nicht ganz so geil. 23, weiß nicht, ob er da noch viel rausholen kann. Dürfen nicht vergessen, ist die dritte Liga. Also dafür sieht er, glaube ich, schon gut aus. Ich glaube, Palermo hatte auch ein bisschen andere Voraussetzungen nach dem Aufstieg aus der vierten in die dritten Liga, dass man sich da schon ordentlich blauen kann. Luperini sieht schon ein bisschen besser aus als Deploying Playmaker. Ich glaube, das wird dann eher meine erste Wahl werden für diese Position. Und ich glaube, Brot wäre dann eher sowas für ein Dreier-Mittelfeld. So, wirklich auf der 10 kann er auch nicht spielen, ne? Abschluss 7. Weitschüsse 11 ist schon okay. Ja, so ein Metaller wäre vielleicht nicht schlecht. Palazzi. Okay, geliehen von Monza. Auch selten, dass man halt aus der dritten Liga leitet, ne? Keine Kopfoption. Zurückgezogene Spielmacher. Sieht auch gut aus. Müssten noch so einen zweiten Sechser am besten haben. Das wäre ganz schön. Das könnten wir natürlich mit Peretti machen, den wir eben schon gesehen hatten. Ich meine, hinten sind die Jungs ja gesetzt. Dann Marathon. Das ist unser 10er scheinbar. Abschluss 6 ist schlechter als Pro und Weitschüsse 9 ist auch schlechter. Also, bei einem 10er wünsche ich mir eigentlich schon, dass er dribbeln kann. Das kann er hier nicht mit 8. Abschluss 6 ist auch nicht so toll. Und Weitschüsse 9 ist auch nicht so toll. Also würde ich, wenn dann, eher auf der ZM-Position einsetzen und nicht auf der 10er-Position. Mario Santana, rechts außen, da kommen wir gleich dann zu. Dann Florio, ein Jugendspieler. Passen 12. Ist besser als Jeremy Pro. Und dann Barcelona, den hatten wir eben schon gesehen. Passen 13. Ey, sieh mal einer an. Der Rest ist dafür scheiße. Und dann Andrea Giglio. Ist Stürmer. Keine Ahnung, warum wir den sehen. Ach, weil ich noch ZOMs reingepackt habe. Dann zeigt mal bitte unsere Stürmer. Da haben wir anscheinend ein paar mehr Optionen. Also ich würde sagen, 3 Sterne sollten okay sein. Gucken wir uns das mal an. Na, ist ein bisschen mehr links außen, der Kollege Valente. Links außen natürlich. Ich glaube, ich habe rechts außen gesagt. Flankenkanner. Rechtsfuß auf links. Ist die Frage, wie gut sein schwacher Fuß ist. Müssen wir dann mal schauen. Ja, Weitschüsse 9. Gefällt mir, glaube ich. Kanute. Auch eher Flügelspieler scheinbar. Abschluss 11. Valente hatte 9. Da bräuchte man noch einen guten am besten. Ansonsten muss Kanute vorne spielen. Ich hätte jetzt nicht die größte Angst, wenn er das macht. Mit 11 Abschluss. Aber ich würde schon gerne noch einen etwas besseren haben. Wie zum Beispiel Saraniti. 32-jähriger Kollege. 1,86 Zielspieler. Ja, Zielspieler sind für mich immer schwierig ins Spiel zu bringen. Weil ich möchte eigentlich von meinen Stürmern, dass sie halt wirklich mitarbeiten. Mitspielen. Mit nach hinten kommen. Mit auf die Flügel gehen. Ich habe zwar eigentlich nie seit Jahren, ich glaube es jetzt mal war FM17, einen kompletten Stürmer als Rolle. Aber möchte, dass mein Stürmer das so ähnlich spielt. Also er soll wirklich mal auf die Außen gehen. Er soll auch mal eine Flanke schlagen und so. Also wirklich willentlich. Und gut, das dürfte Saraniti nicht hinkriegen. Aber wir kriegen das schon hin. Also ich glaube, die Taktik sollte ich ein bisschen auf ihn ausbauen. Weil er ist unser einziger Stürmer, der ansatzweise so dieses Finishing hat. Kanoté wird wohl auch ein bisschen spielen. Da bin ich mir sehr sicher. Also im Sturmzentrum. Weil am Ende des Tages ist es halt nur minus 1 Abschluss im Gegensatz zu Saraniti. Und er ist wenigstens schnell. Seine beste Rolle ist von Stoßstürmern, was ich auch vorziehen würde aktuell. Nicola Rauti ist ein 20-jähriger Stürmer, den wir von Torino geliehen haben. Keine Kaufoptionen. Hat 15 Abschluss. So ein bisschen traurig, ne? Wenn der 20-Jährige einen besseren Abschluss hat als Kanoté. Ne gut, Kanoté ist eher rechts außen. Aber als Saraniti. Dafür sind die mentalen Werte schlecht. Aber gut, was willst du von einem 20-Jährigen erwarten? Der wird wohl auch ein paar Spiele machen. Ich glaube generell wird jeder ein paar Spiele machen. Dann Lorenzo Luka. Das sieht nach einem Spieler aus, der lieber nicht reinkommen sollte, wenn man Pace braucht. 9 und 10 bei Antritt und Ständigkeit. 1,96 groß. Schwierig. Also entweder ich versuche wirklich ein System zu machen, wo ein Zielspieler wirklich Gefallen dran hat. Sprich, dass ich den wirklich anspielen kann und dass er nicht nur komplett durchhängt. Weil das ist mein größtes Problem bei einem Zielspieler. Oder dass ich halt einen Spieler drin habe vorne, der einfach, wie im Zielspiel halt, einfach nur rumgammelt und ich spiele effektiv halt nur mit 10 Mann. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme mit Luka und Saraniti. Oder ob ich wirklich gleich direkt sage, ihr müsst euch anpassen und ich gehe auf Kanoté und Rauti. Mal schauen. Silipo ist noch ein Rechtsaußen, der auch Stürmer spielen kann. Abschluss 8. 13,13 bei Antritt und Ständigkeit. Ich glaube, den würde ich dann doch eher auf den Flügeln einsetzen. Flanken hat er 9. Ist auch nicht so perfekt. Immerhin besser als den Abschlusswert. Und Giglio hatten wir schon gesehen. So, wen haben wir noch auf den Flügeln? Luperini hatten wir gesehen, ne? Ich glaube ja, bei den ZDMs. Valente, Kanoté hatten wir sehen. Corrado hatten wir als Linksverteidiger gesehen. Floriano hatten wir nicht gesehen. Glaube ich. Der könnte aber auch ganz gut sein. Habe ich den gerade schon gesehen? Mir kommt das so bekannt vor. Aber gefühlt, ganz ehrlich, gefühlt sehen die Spieler alle gleich aus. Irgendwie hat jeder mal so ein paar 12er-Werte drin. Vielleicht, wenn es gut läuft, ein 13er-Wert. Und der Rest ist dann so, was man für seine Position braucht. So eine 10er-Bewertung. Und der Rest ist dann richtig schlecht. Aber ist okay. 34 Jahre alt. Silipo hatten wir gesehen. Crivello hatten wir auch gesehen. Der Linksverteidiger. Und Santana hatten wir ebenfalls gesehen. Gehen wir mal kurz auf die rechte Seite. Dann sind wir auch schon durch. Almici hatten wir gesehen. Luperini hatten wir gesehen. Valente, Canoté, Doda, Arcadi auch. Alles klar. Puh. Ja, dann würde ich sagen, wäre meine aktuelle Überlegung halt. Für das, was wir spielen sollten. Wirklich halt. Ja, doch eher ein 4-3-3. Weil einen 10er habe ich nicht so wirklich. Jedenfalls keiner, der mir außerordentlich gefällt. Und auch noch gutes Finishing hat. Im Tor ganz klar Pelagotti. Rechts Almici. Links dann der geliehene Corrado. Hinten haben wir dann Sommer und Marconi. Und vorne ist dann die Frage, ne? Das ist halt ein bisschen schwierig. Ich glaube aktuell würde ich erstmal sagen, dass der Spieler mit dem höchsten Finishingwert den Vorzug bekommt. Wie war das jetzt nochmal? Das war... Das war... Oh, der war glaube ich der 6er. Zeig mal nochmal kurz seine Werte. Hier ist der aber auf jeden Fall unser 6er. Auch wenn er nur 1,70 ist. Dass ich wahrscheinlich... Bro und... Bro und... Loperini eingesetzt bekomme. So ungefähr könnte das was werden. Ich glaube das könnte Sinn machen. Weil ein 4-2-3-1 brauche ich glaube ich echt nicht probieren. Weil wer soll auf der 10 spielen, ne? Die Position ist komplett verschenkt glaube ich, wenn ich das so spiele. Weil ich brauche einen Spieler, der hat wirklich gutes Finishing. Gute Distanzschüsse. Gutes Passen. Muss aber auch ab und zu nach hinten kommen. Und ich glaube das hat momentan keinen Spieler. Die besten Weitschüsse hat Celipo. Das ist ein Außenspieler. Odia. Gut, der ist eigentlich unser 6er. Wer soll sonst 6er spielen? Abschluss 8 halt. Der ist halt der beste 10er, obwohl er ein 6er ist. Barcelona, der kann sonst nichts leider. Das ist das große Problem. Weil wenn er mal eine Flanke spielen soll, was habe ich dann, ne? Mit 3. Die geht dann halt wahrscheinlich in eine andere Stadt oder so. Ja und Bro. 7 Abschluss, 11 Weitschüsse. Das könnte man vielleicht mal probieren. Aber das ist nicht seine Position. Aber die Werte dafür hat er halt. Mini, mini, mini mal. Könnte man halt probieren, wenn man unbedingt möchte. Palazzi 9 Abschluss, 11 Weitschüsse. Das ist ein bisschen besser. Aber kann die Position auch nicht spielen. Müsste man halt probieren. 10 Abschluss und 11 Weitschüsse bei Luperini. Das könnte man vielleicht probieren nochmal. Weil der halt relativ ausgeglichen ist. Versucht Vollrückzieher. Oh, okay. Den müssen wir halt 10er aufstellen. Ja. Also Luperini. Und Palazzi sind die einzigen, denen ich das wirklich zutrauen würde, auf der 10 spielen zu können. Beim Rest wäre es mir vielleicht entweder zu schade oder wohl ein bisschen zu doof, dass ich die spielen lassen würde. So, es laufen sehr, sehr viele Verträge aus. Floriano, Marathon, Santana, Pelagotti, Crivello, Lancini, Peretti, Doda, Falani, Marongdan, Kangemi, Giglio und Zedita. Da müssen wir mal schauen. Ich würde gerne nicht den allergrößten, krassesten, heftigsten Umbruch dann im Sommer haben. 13 Spieler, die dann weggehen, ist schon heftig. Deshalb ist es eigentlich an uns, dass wir sofort anfangen zu scouten für den Winter und dann sogar zum Sommer. Weshalb es vielleicht sogar ein kleiner Vorteil für uns ist, dass wir jetzt keine Transferphase haben. Einfach nur damit wir dann halt uns voll konzentrieren können, richtig gute Spieler auf Langzeitbasis zu kaufen und nicht halt irgendwelche Spieler, die wir innerhalb von zwei Tagen gescoutet haben, die dann halt irgendwie nur noch Sinn oder die halt nur Zweck erfüllen sollen, ne, für halt ein halbes Jahr. So, die Vereinsziele, die hatten wir eben schon gesehen. Das ist vollkommen okay für mich. Ach, wir müssen, wir müssen ja, stimmt, da war ja was. Platz 7 ist unser Medientipp und wir sollen die Playoffs erreichen. Wir sollen nicht aufsteigen. Wir sollen die Playoffs erreichen. Das sollte aber möglich sein. Okay, dann, ich habe es ein bisschen höher eingeschätzt, als es war. Ja, dann sollte das easy machbar sein. Platz 10 sollte wirklich minimal erzielt sein und das passt dann. Ich akzeptiere die Vorgaben, das ist vollkommen okay. Und dann schauen wir mal, was habe ich denn eigentlich, kann ich eigentlich mein Budget noch sehen in diesem FM für die Mitarbeiter? Das geht vom Transferbudget ab anscheinend. Was haben wir denn so schönes? Wir haben vier Scoutingplätze frei. Was macht unser Einer-Scout momentan? Oh, 8 und 7 haben. Autsch. Alberto, es tut mir ja leid, aber ich glaube, du wirst relativ schnell gezündet werden bei uns. Unser Chef-Scout hat 9 und 11. Was hat der Sportdirektor? Castanini. 11 und 13. Ja gut, das ist wenigstens ansatzweise brauchbar. Was würden wir so an Scouts kennen? So, Aufgabe wäre natürlich ein Scout. Da wir momentan kein Geld haben, sollte der am besten nicht angestellt sein. Und dann würde ich gerne, wenn es geht, mindestens 12 haben. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu hoch angesetzt. Nö, ist es nicht. Was machen die FM-Legenden? Kanepa zum Beispiel. Aspire möchte ja meistens keine Ablösesumme haben. Doch, möchten sie 75.000? Oh, 3, 4 ist auch viel zu viel. Okay, das kann ich mir nicht leisten. Hm, was haben wir denn hier so? Zeig mal kurz deine Nation. Belgien könnte vielleicht ganz gut sein. Wie sieht unsere Knowledge aus? Ey, oh, oh, uff. Italien und Deutschland. Grandios und Deutschland nur wegen mir. Ei, ei, ei. Ähm, ja. Scouting-Gebiet dürfte nicht größer sein. Macht aber keinen Sinn, jetzt schon anzufragen, weil ich bin ja gerade erst mal zwei Tage da. Ich bin ja gar kein... Ich bin ja nicht mal eine Stunde da eigentlich. Ich bin ja noch der Zipfel vom Dienst quasi. Deshalb macht das keinen Sinn. Das CDC-Paket. Das Scouting-Budget ist 40.000. Ah, das wird schwierig. Aber ich will es mir schwierig machen dieses Jahr. So, wenn du zu mir kommen möchtest, ne? Dann wäre das richtig perfekt. 950 Euro. Ich glaube, wir dürfen maximal 750 ausgeben. 600 Euro. Oh, puh. Aber das könnte eventuell was werden, wenn wir 550 am Anfang bieten, die Gehaltserhöhung bei Aufstieg erhöhen, dann verhandeln, dann auf 600 gehen, dann hier auf 50% gehen und hier auf 3 Jahre Vertrag gehen. Oh, scheiße. Macht er nur 875? Ich glaube, das wird nicht so schnell, wenn wir keinen Titel holen. Man könnte vielleicht auch auf die Kompensationszahlung verzichten. Das würde ich gleich nochmal machen. Oh, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, dafür haben wir zu wenig Geld. Mit dem Vorstand brauche ich eigentlich nicht interagieren, weil es ist noch zu früh. Ich glaube leider nicht, dass er das annehmen wird. Ich werde noch ein paar Klauseln reinklatschen. Das werdet ihr dieses Jahr wieder öfter von mir hören. Nehmen wir mal den Einzug ins Halbfinale raus dafür dann. Ach, ich darf nicht mehr als... Wie viel sind es? 16.000? 18.000. Als 18.000 machen. Ja, das wird er nicht annehmen. Doch, wird er! Oh, er muss aber erst mal kommen. Er muss erst mal kommen, nicht zu früh freuen. Das geht nur schief, wenn man sich zu früh freut. Aber das würde uns echt helfen mit der Scouting-Kenntnis in Belgien, Frankreich, Niederlande. Italien nicht unbedingt, weil wir sind Italiener, aber das wäre schon richtig Premium. Also wenn der zu uns kommt, dann... Das wäre perfekt. Das würde mich sehr freuen. Ich möchte eigentlich nicht gegen meine B-Elf spielen und der Trainingsplan sieht auch scheiße aus. Also das... Bitte nicht. So, ähm... Gegen meine B-Elfen möchte ich nicht spielen. Wir können es nicht absagen. Okay. Das mache ich aber heute nicht mehr. Das ist ja Unsinn. Das... Brauche ich mir nicht anschauen. Ich kenne ja die... Gegner halt schon, ähm... Wenn ich es schaffe, mache ich die ganzen Ansichten hier übrigens heute noch fertig. Und packe es in die Kommentare. Ansonsten in der nächsten Folge, die morgen kommt. Oh, Stress. Gut, denn der Scout kommt, ist schön. Das hier ist wie erwartet schlecht. Wer hätte es gedacht? Training, ja... Boah, das ist... Leider jetzt eh nicht mehr wechselbar. Machen wir mal die Pressekonferenz. Also der Kader sieht okay aus. Ich glaube, mit dem kann man schon ordentlich was reißen. Für mich gilt halt einfach, dass wir jetzt gut starten, eine gute Taktik finden. Und dann sollte es schon klappen. So, hier machen wir wieder sehr strikt. Das hat eigentlich immer gut ausgesehen, wenn ich das komplett strikt gehalten habe, ehrlich gesagt. Deshalb mache ich das auch so, wie ich das immer mache. Gelbsperre mache ich hier dann eine Woche. Das dürfte passen. So. Wir müssen uns dann auch den Spielern gleich vorstellen. Das ist, äh... sehr risky. Nicht, dass sie mich komplett zerreißen. Das wäre, äh, sehr schade. Unser Co-Trainer ist übrigens Giacomo Filippi. Der 10 und 10 bei Spielerfähigkeiten und Spielerpotenzial hat. Und anscheinend, äh, gerne Co-Trainer ist in den unteren italienischen Ligen. War bei Brescia, Co-Trainer, Novada, nochmal Brescia und dann Virtus Entella. War aber auch lange, 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 wow, sehr lange Spieler bei sehr vielen Vereinen. 95 bis 2012. Bei, wie viel sind es? 4, 6, 8, 10, 12 Vereine. Okay. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Weiß nicht, ob man das machen sollte, aber man kann. Auf jeden Fall. So, wie gesagt, das Spiel werde ich jetzt nicht mehr machen. Wir müssen uns jetzt aber noch den Kader vorstellen. Hi, Leute. Ich wollte die Gelegenheit beim Schopfer parken und mich als neuen FC Palermo Trainer vorstellen. Bitte hatet mich nicht. Positiv. Im Namen der Mannschaft möchte ich Sie willkommen heißen und freue mich darauf, unter Ihrer Führung zu spielen. Oh, Mario Santana. Du bist ja ein nicer Dude, Alter, ne? Hm. Wollen wir Versprechungen machen? Also, verstärken macht keinen Sinn, ne? Das ist schon mal raus. Wir könnten vorschlagen oder versprechen, dass wir den Trainerstab verstärken. Das werden wir auf jeden Fall machen. Das wäre keine schlechte Idee. Ich habe gemerkt in meinem Beta-Safe, dass es schon Sinn macht, gleich am Anfang Versprechen zu machen, die man am besten aber auch halten sollte. Ich werde besonders auf jüngere Spieler im Kader schauen. Das Ding ist halt, die Spieler, die gerade da sind, sind nicht gut. Und wenn wir dann eine Zeitspanne haben von 180 Tagen, dann sind halt nur die Jugendspieler da, die wir halt jetzt gerade im Kader haben. Und, ne? Die möchte ich ungerne länger spielen lassen, glaube ich. Ich finde sie schön. Ich bin bereit, passender Angebot für jeden von euch anzunehmen. Hauptsache, ihr seid alle weg. Ich werde versprechen, dass ich den Trainerstab verstärke. Hat immerhin Saraniti und Pedagotti erfreut. Ich mag das alleine so sehen, aber mich kümmert dieses Versprechen nicht. Ja, Mario, sorry, ne? Ich wollte wenigstens etwas bieten. Aber das dürfte genug Versprechen sein. Negativ. Was soll ich dir denn vorschlagen? Mario, das erste Transferfenster ist gestopft und ich kann es dir gerne nochmal zeigen, wenn wir zurückspulen in dem Video, ne? Ist angetickt. Ich denke, dass wir dieses Jahr Meister werden können. Das ist viel zu hoch. Die Playoffs. Die Playoffs. Sehr zufrieden sind sie damit. Atmosphäre bei der Sitzung momentan positiv. Das war genau die Reaktion, auf die ich aus war. Sehr nice, Jungs. Ich bin begeistert, dass wir die gleiche Ambulation haben. Mario. Wir können mit Sicherheit die Playoffs erreichen. Ich denke auch. Ich will in dieser Saison auch in die Hauptrunde der Coppa Italia einziehen. Boah, will ich das? Ich erwarte auch, dass wir uns in dieser Saison in der Coppa Italia gut verkaufen. Im Prinzip ist es die gleiche Aussage, oder? Ich denke, das ist ein vernünftiges Ziel. Danke, Mario. Hab den Strafenkatalog auch festgelegt. Zufrieden, sehr glücklich. Aus dem Häuschen der Arcadi. Ja, der springt hier gleich im Sechseck hier, nur damit er halt ein paar Strafen kriegt. Super, Jungs. Das war besser als erwartet. Also, die Moral ist ordentlich hochgegangen. die Kaderatmosphäre ist auch riesig hochgegangen. Das ist sehr gut. Das hat sich gelohnt. Und wir haben 265 Tage Zeit, unser Versprechen zu halten, dass wir den Trainerstab verbessern. Und wenn wir das nicht schaffen, dann geht die Moral von Crivello, Almecci, Saraniti, Pelagotti und Sommer runter. Das sollte aber wirklich, wirklich, wirklich machbar sein, dass wir das hinkriegen. Hui. Okay. Okay. Okay, dann machen wir die Pressekonferenz noch fix. Dieses Jahr sieht man endlich mal, inwiefern einen die Medien haten, was sie bei mir irgendwie die ganze Zeit machen. Ich bin halt super freundlich, ne? Ich erkläre denen halt alles, was sie möchten und die so, nö. Und ich so, sorry. Sorry. So, wir haben vier Jungs in der Pressekonferenz. Ich glaube, die Schüler sind ein bisschen vier für vier Journalisten, aber ich sage nichts. So, wir werden begrüßt. Was sind ihre ersten Gedanken nach dem Amtsantritt? Ich bin sehr stolz und sehr aufgeregt und sehr gespannt. Wieso Palermo? Die Leute haben dafür gevotet? Also, es ist ein großer Verein. Ich habe schon damals 1994 in Palermo Bettwäsche geschlafen. Da wusste ich noch nicht mal, dass es Länder gibt. Aber trotzdem. Hatten sie irgendwelche Bedenken, den Job anzunehmen? Eigentlich nicht, ne? Ich habe auf das Votingergebnis geschaut und dann war mir sofort klar, jo, machen wir. Sie haben diesen Job angenommen, ohne ein Wort Italienisch zu sprechen. Sehen sie die Sprachbarriere als Hindernis an? Also, ich hatte mal aus Lust und Laune vor zwei, drei Jahren bei Bubble kurz mal ein Italienisch-Kurs angefangen. Ist dann gescheitert, einfach nur, weil ich absolut nichts hatte, wo ich das üben konnte. Also, ich habe meine Lektion halt schön gemacht, ne? Ich fand auch, das ging gut voran, aber ich hatte halt keinen Zweck, wo ich das halt einsetzen konnte, weshalb ich das dann auch aufgegeben habe. Das Einzige, was hängen geblieben ist, ist Io provare la rosto di maiale, was glaube ich heißt, ich möchte den Schweinerollbraten oder so. Ich weiß nicht, ob mir das jemals helfen wird, ich denke eher nicht, weil ich mag Schweinerollbraten nicht, meistens ist der mir ein bisschen zu trocken, ich glaube, den kriegst du nicht so gut hin, dass der so schön saftig ist, außer vielleicht im Sous-Vide, aber ich glaube, dann gibt es andere, ist ja auch ein komplett anderes Thema jetzt. Auf jeden Fall, Fußball ist eine universelle Sprache. Sie haben gerade mal 27 Jahre den Schritt ins Trainergeschäft gewagt. Du, ich sage dir, ich habe halt schon vor sieben Jahren FM gespielt, da war ich noch 20. Da hat auch nicht, doch eigentlich hat jeder gefragt, doch eigentlich schon. Eigentlich hat nicht jeder gefragt, weil ich musste mich älter stellen, weil du damals noch nicht so jung sein durftest. Ich glaube, jetzt darfst du auch noch nicht so jung sein. Aber, ja, hast recht, aber ich werde mich beweisen. Die Nachricht, dass sie als unerfahrener Trainer den FC Palermo übernehmen hat, viele überrascht, ja, mir doch egal. Wie schätzen sie als sehr offensiv denkenden Trainer einen? Warum? Renzo, du kennst mich nicht. Du weißt nur, dass ich aus Deutschland komme und dass ich TBM heiße. Mehr weißt du nicht. Woher willst du denken, dass ich offensiv Fußball spiele? Im Prinzip kann ich auch einfach zehn Mann in den Strafraum stellen und du wüsstest nicht, dass ich das mache. Aber ja, doch, hast recht. So, Palermo hat ehrgeizige Ziele, klar, als jüngster Schritt wurden sie unter Vertrag genommen, um diese zu erreichen. Ja, klar, natürlich, wir machen Aufstieg fix, Serie A nächstes Jahr, dann Champions League in anderthalb Jahren und Champions League Sieg in ein Dreivierteljahren. Easy. Kader kann ich nicht verstärken, weil kein Geld, keine Transferphase. Tut mir leid, Andy. Warum auch immer du halt in Palermo bist für eine Forschung vom Drittligatrainer, aber warum nicht? Ich beabsichtige, jedem ausreichend Gelegenheit zu geben, sich zu zeigen. So ist es ja auch richtig geknickt, ja, und negativ. Tut mir ja leid, ne? Vielleicht ein anderer mal, Kein Verhältnis zu uns. Der italienische Sportbote, ne? Das ist aber auch ein sehr interessanter Name für ein Magazin. So, gut, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute, für die erste Folge. 40 Minuten kurz Kader angeschaut, kurz den Verein angeschaut. Was jetzt klar ist, ist Taktik machen, Mannschaft noch mal ein bisschen strukturieren, sprich, die Spieler sollen in die U18 und U20 haben wir eigentlich beide Mannschaften voll. Yes, wir haben U20 in der Primavera und wir haben U18 in der U18-Division, die unter 17 heißt beim richtigen Namen, aber wird schon alles in Richtigkeit haben. Gut, dann passt das. Kader haben wir geguckt, haben uns vorgestellt, sie hassen uns nicht, Pressekonferenz haben wir gemacht. Oh, Sommer hat den Kreuzbandriss, dann darf ich den aber morgen nicht einsetzen oder gleich, gleich, gleich. Dann werden wir den hier komplett auskurieren lassen. Dann werde ich auch schon mal hier, ach, allgemeine Reha ist schon drin. Trainings muss ich machen, ich muss alles machen. Das werde ich jetzt nicht alles offscreen machen, weil die erste Phase ist immer die interessanteste, deshalb werde ich noch viel mit euch machen, auch Taktik und so. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Heute wollte ich erstmal Kader-Vorstellungen machen. Für uns ist klar, mit dem Kader, glaube ich, sollten auf jeden Fall Playoffs drin sein, mit Glück, vielleicht sogar der Aufstieg. Aber da brauchen wir richtig Glück, gerade so Playoffs-Spiele, die sind sowas von Tagesform abhängig. ich würde sagen, wir reden in ein paar In-Game-Monaten nochmal darüber und hoffen natürlich auch, dass die Spieler alle fit bleiben. Ich hoffe, dass der Scout kommt, das wäre richtig krass. Zwei weitere dürfen uns da noch holen. Entlassen werde ich wohl keinen, weil das macht zu viel Kosten. Auch wenn er nur 325 verdient, da warte ich lieber noch, ein bisschen ab, bis wir ein bisschen Geld haben und ersetzen ihn dann. Mal schauen. Mehr wissen wir in der nächsten Folge. Die wird dann schon morgen kommen. Heute ist ja scheinbar Dienstag, wenn ich nicht komplett verpenne. Übrigens, Voting-Ergebnis, ich weiß nicht, ob ich es gerade am Anfang gesagt habe, weil ich nehme jetzt den zweiten Part vor dem ersten Part auf. Voting-Ergebnis war jetzt zum Zeitpunkt, es ist 0 Uhr 29 am Dienstag. 153 Votes, das sind 40% für Palermo. Und 94 Votes für den Journeyman, das sind 24%. Zürich hatte 73 Votes und Deportivo habt ihr mal wieder gehatet. Keiner Makler-Liga anscheinend 65 Votes, wobei keiner ein bisschen übertrieben ist. 385 Votes insgesamt, danke an alle, die abgestimmt haben. Ich kann es natürlich nicht jedem recht machen, aber ich hoffe, dass wir ein richtig, richtig geiles Jahr bei Palermo haben. Und ich habe sowas von Bock. Ich glaube, das wird richtig nice. Und ja, nächste Folge geht es dann richtig los. Ich mache jetzt Offscreen die Testspiele vielleicht richtig, darf ich wenigstens eins absagen. Ja, dann mache ich die richtig. Mach Trainingsplan wahrscheinlich, den Rest mache ich mit euch morgen. Bis dahin. Tschö.